Boah, warum muss ich so ein Op sein? Ui, was? Töten ist kein... Ja, ich chatte kurz, was machst du? Er schreibt einfach ein LOL, der Gegner hat mich nicht getroffen, das war ein Keiner Back. Ich bin durch meine seinen Laserstall gelaufen, das hat mich keine Schaden gemacht. Du guckst ja auch gar nicht so... Du hast mir auch ein paar Mal bei SCP oder so nicht zugeguckt. What the... Bei Sklender habe ich die nicht zugeguckt, weil ich meinen Computer reparieren wollte. Ja, bei SCP einmal auch nicht, ein paar Mal. Also sind wir fast great. Irgendwie bringt's der Little Chat vor, der gibt mir die ganze Zeit Herzen. Yeah, I like you, Little Chat. Das ist ja auch von der dritte Part. Mega-Kill. Mega-Kill, das war ein Mega-Kill. Penta-Kill. Nein, ich denke schon mit der League of Legends. Ich bin nicht lange in Berlin. Bis jetzt. Bis jetzt. Das ist gut. Oh, ich kann in den Gold haben. Yeah. Bitte mach, bitte mach das doch ein geiles Item, bitte. Bitte, bitte, deinem... Gut, das ist schon... Geht so. The People, Blub. Ja, das macht schon noch ziemlich schade, aber... Ja, vor allem wie selten, aber es trifft so selten, ey. Es ist schon fast wiederum ein bisschen los. Gut, wenn voll die vielen Gegner sind, ist es sehr gut, aber... Nein, 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 das bringt's jetzt irgendwie nicht. Warte. Ähm, wie will ich das genau machen? Ich... Ich geh zum satten Jung. Ich geh zu dem... Nein, ich will zu... Ja, stimmt. Voll das hab ich noch. Ich spiel... Aber pass auf, nicht, dass du den noch wegsprengst. Aber gut. Was ist das? Wie ist das? Bombs? Okay, aah. Aber jetzt kann ich noch die anderen Drohnen öffnen. Ja, dafür hast du jetzt keine Bomben. So, bitte gib noch was, komm, komm. Es wird noch einmal, der gibt es sich jetzt gerade. Noch einmal. Gibt es jetzt noch was? Oh, ich... Äh... Nein. Wie deine Folie ist vielleicht lieb den Typen. Jetzt kann ich... Wow. I hate this fucking item. Für das hab ich jetzt all die scheiß Herzen ges... Dieser Typ ist ja echt der Hohen. Klatsch, klatsch. Das war doch super. Also geht's einfach so gut. Warte. Ha. Hey, Puh. Nein, Puh. Es ist aus sie. Great. Great. Die Cheven Dothel. Komm schon, lauf in mein Auge rein. O du Knob, lauf in mein Auge rein. Ey, du Arschgesicht. Deine dreckige Mutter, man. Wow. Jan, im letzten Moment, als der Drecksack sterben sollte. Nein, er beschwört noch Gegner. Ich mag dich auch, Greed. Ich mag dich sogar sehr. What the fuck? Oh, ich weiß die Schüsse. Boah, das ist einfach nur zum Haten. Heid, heid, heid. Zum Harten, man. Harten, man. Geh's denn jetzt hin? Ich will noch die Reste eben herkommen. Geh's denn, Boris. Na, weißt du was? Siehst du? Sag mal. Wohlherz. Boris. Boris. Ah, er hat seine Freundin umgebracht. Nein, nein, ich wollte ihn jetzt eigentlich lassen. Das wäre jetzt gut, dass er seine Freundin gekillt hat. Danke. Bumpel-Porterin. Was macht die Zähne nicht, der kleine Typ? Ach so genau. Der Lenz schert es trotzdem manchmal im Herzen ab, aber nur mal. Boah, wie geil. Nein. Keine Wunsch. Ich hasse dich, Satans-Junge. Ich hasse dich. Ich verfluche dich und deine ganze Scheiß-Hut-Familie. Teil. Hoppa. Boah. 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 Ah, jetzt ist dann mein Schwuppdabu wieder ready. Komm, Bombe. Ja, eine Bombe, yay. Jetzt kann ich wenigstens noch, jetzt kann ich einen ganzen Zehner bekommen. Boah, geil. Wie soll ich das jetzt am besten? Dort ist noch ein blauer Stein, die lohnt sich irgendwie am meisten. Einfach mit Wolken hin. Yay. Oh nein. Hab ich so natürlich nochmal Elfmünzen bekommen. Und einen Schlüssel. Und wenn ich jetzt nicht die... Boah, ich glaub, die können zum Glück nicht auf die Leiter. Dann hab ich irgendwie eine sichere Plattform für mich. Warte, ich könnte einfach mal warten, bis der Pieper all umbringt. What the fuck? Oh. Ja, gehen. Ey, weißt du was, du kannst mich bald mal an. Ha, der kann nicht auf die Leiter, du nur bist zu Unfäng, um auf eine Leiter zu gehen. Ja, ne Dämonkester, bitte. Ich hasse dich. Ohrenzong. Ohrenzong. Spinnenspawner, lustig. Siehst du, jetzt lagst du vor. Ja, die Spinnenspawner brauchen ja auch Auslust. Fuh. Fuh. What the fuck? Fuh. Everyday I got the fuck. Einherz. das ist geil weißt du was ich mit dem mache soll ich das in dem raum verwenden oder im anderen raum ich will in einem anderen guck mal hier habe ich einen blauen stein und noch zwei münzen aber es ist gefällig wegen dem hier oder soll ich lieber im anderen verwenden wo ich noch eine goldruhe habe äh so schön ich habe es einfach gemacht ich weiß nicht wenn ich mich nicht alles freigestellt wenn sie jetzt nicht alles freigesprengt hätte welches ist aber aggressiv und dann habe ich noch glück das problem hat sich gelöst leute jährige rückwärts von lind Köln er fielte ein Plänen die ist auch vor Ort die die Hälfte die Europäer um Eise Warten hoch und wo nun mal knapp ist ja wie soll ich an das letzte erzielen schlechten noch er ist wichtig ist durch je doch ich hab genau jetzt eins abbekommen und eins juhu keinen Sinn und keinen Lohn bekommen die die ich habe Probleme in meinem Kopf ich bin so total total verrückt wir sind alle verrückt oh sogar noch eine super Aisha Aisha super Aisha ich werde mich nicht umbringen die dummen Babys haha du Psycho Baby ich habe dich umgebracht dich werde ich auch noch zerstören du Notkind haha du Notkind ah der Pieper nützt irgendwie doch aber so ein Damage Upgrade wäre jetzt schon geil oder Money gleich Power dann hätte ich jetzt schon 3 Schatzpunkte mehr das wäre auch geil nein die sind die Nervs das ist sehr nervig das hat einer mal gesagt dass die vor dem das ist aber noch sehr gut zum Teil noch ziemlich praktisch oder du kannst auch so ein Rabe haben oder sowas mit dem Vogel genau der Vogel frisst sie dann von mir ja ja das ist sehr gut das ist sehr gut für dich aber schau so aus ich werde euch vernichten wow wow I like these people wow deswegen mag ich Lex manchmal auch wow Leute sind sie dann schon im dritten Part total krasse Scheiße total Psycho Style immer die letzten Runs waren so klein und jetzt weil ich mal bei Claudio bin plötzlich schaut mich das ganze Spiel durch ja das sind schon 3 Teile also jetzt dann gleich wahrscheinlich jetzt dann der 3 nein das ist jetzt der 3te jetzt kommt dann jetzt würde dann der 4 der kommen boah holy holy moly also du stirbst innerhalb 4 Minuten ja 3 Minuten 30 Sekunden dann nein mehr ist Gott für ein Famerty da boah aber ich werde das aber der Peeper helft mir der Peeper helft mir der Peeper helft mir der Peeper helft mir aber ich hab das Anarchist nein mein Ding wär noch ready gewesen mein schub tabu pass auf mein schub tabu wär bestimmt noch ready gewesen nein du siehst hier nicht mal die Leben bei dem Asi Hartz IV Empfänger oh stimmt ich weiß nicht ob das ein Bug ist oder ob das so gewollt ist dass du bei den nein das ist glaube ich schon so hab ich so das Gefühl glp am weinen ho blut weinen pass auf sometimes i hate this mask come on yay die mask ist rage mode jetzt musst du einfach den abnehmen ja von hinten von hinten von hinten ganz hart von hinten ganz hart von hinten da guckt irgendwas komisches raus wie ein kleines Baby oder sowas ach so genau stimmt jetzt blutet der von beiden Augen er ist aggressiv ja wie soll ich den um warte ich muss ihn in die in den Peeper reinlocken warte kommt zum Peeper nein ey warum warum macht der Peeper der macht nichts jetzt also muss ich mal schön den Hinteranteil berühren du siehst du den Hinteranteil berühren ey wie klingt das es gibt wer wäre das macht man das hat man nicht muss es ist ganz wer wäre es ja genau oho ich habe vor Also sein我想ART durchgegangen psychosten aber von der Seite kann man i glauben varejäpon der seidige tau інzy varek komm jetzt stehe ich habe den ersten sie soll lebensanzeigen endlich mal ja genau feuer ja genau genau erlaubt ich bin er soll voran warum kann der typ nicht sterben steht einfach kommt nicht nur gleich an sich den markt wo man sich nicht auf dein leben klar junger und hat jetzt ein ganzes herz abgezogen ich glaub's ja guck mal dem seine große fresse an dann wundest du mich nicht dass der einen herz schaden macht wo komm jetzt peter mach endlich der mensch du scheiß pipa schwein nein der macht nur das pipa schwein macht der menschlein boah der boss ist einfach nur nervig der ist nicht warum muss es sonst scheiß boss geben wenn du es noch verrägst das wäre schlimm warum kannst du nicht einfach sterben mann trägst spaß dir schlappschwanz ok jetzt kommt gleich der vierte teil schon